Gustav 1 und Gustav 2. Wo sind meine Havaner? Ja, Gustav 1 und Gustav 2. Ich bin am Weg zum Himalaya. Was? Wir warten auf dich. Ich keuche. Ah, ich komme. Servus die Maa und grüß euch die Buben. Ja, ich bin am Hausberg unterwegs. Ich war gestern schon einmal oben, da ist der Walter Davina und der Mike der Austrian Buschmann oben. Die haben einen Overnight da oben gemacht und ich bin wieder nach Hause gegangen und da hat gestern meine Actioncam, die jetzt im Einsatz ist, etwas gesponnen. Daher konnte ich keine Bilder aufnehmen. Den Fehler dürfte ich gefunden haben, sie funktioniert jetzt wieder. Schauen wir mal wie lange und jetzt gehe ich die zwei noch einmal besuchen. Ja, falls die Bilder mit dem Handy gestern was geworden sind, ich habe ein bisschen gefilmt. Haben wir es aber noch nicht angeschaut, dann stelle ich die jetzt ein. Ja, echt super. Das Wetter ist zwar grau in grau, wohin ich schaue, aber es ist halbwegs trocken noch. Das ist kein Hover, da nicht der Hubschrauberpilot ist. Wir sollen es ein paar Läden vom OBI herbringen. Und so werden dann nasse Sachen getrocknet, während man ein Essen kocht, während man gefilmt wird. Die Schihaas werden, dann hast du es eben drunter, dann hast du einen echten Hotdog. Ja, und zielstrebig geht es weiter nach oben. Ja, jetzt erinnere mich die letzten paar Meter von der Steilwand. Hallo! Grüß Gott! Guten Morgen! Ohne Zordgehen. Hä? Könnt man alle Ballets spielen. Aliga Geh her Puppe Was macht ihr da jetzt da? Ich filme kaum alles beim Filmen, während du mich filmst, während ich kaum alles filme... Oder wie ist das? Das ist ein Rudelfilme Ja, jetzt ist einmal Kaffee drin Bies on Earth Quasi Bies am Boden Victory Zeichen Sieg So, dein Kabel's Menü Raubtierfütterung Scharfes Zeug, scharfer Hund Scharfes Zeug, scharfer Hund Raubtierfütterung Raubtierfütterung Und dann in einer halben Stunde fahren wir Luftröhre Loch operieren Weil es aus dem Durchbremse hat Gerade auskommt, so wie es gerade Nein, abgewiegt Scharfes Zeug Scharfes Zeug Scharfes Zeug Scharfes Zeug Alleine Aufbruchstimmung Kürt Wenn man ihn jetzt nicht kennen würde, könnte man glauben, die Frau hat ihn zu Hause rausgehauen. Okay, vielleicht ist es auch so. Ich bin so arm. Ich versuche da gerade eine Timelapse-Aufnahme mit dem neuen Spielzeug. Ja, kurzes Video von einem kleinen Oberneiter. Jo Freunde, das war es einmal wieder. Wir sind am Weg zu den Autos. Für uns Walter und Mike. Und ein schöner Tag geht vorbei. Und in dem Sinn, man sieht sich. Danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Und Servus Papa und Servus die Malle. Und pfiert euch die Buren. Tschüss von den drei Musketieren. Servus. Tschüss.